So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, dann ist der Hannes, dann ist der Ramses. Der Hannes ist da, wie ihr seht. Heute ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag. Genau, das war die Frage der Fragen, die wir jetzt klären mussten. Wir sind auf dem Weg zum Pissedino, denn da geht ein Kapuriki auf, denn um 10 Uhr war wieder Raid-Boss-Wechsel. Das heißt, Regi-Eis ist weg. Ich versuche weiterhin über Glückstrades. Ach du Scheiße, jetzt haben wir Hannes verloren. Ich sehe nichts mehr. Hannes sieht nichts mehr. Hannes leg dich erst mal hin. Ich lege mich mal drauf, mal gucken, was passiert. Genau. Ich versuche weiter über Lucky Trades ein 100er Regi-Eis zu bekommen. Hannes weiß ich gar nicht, was der für Ziele hat. Bei Kapuriki. Kapuriki neu, shiny für alle. Das heißt, wer noch keinen 100er hat, kann raiden. Wer noch keinen shiny hat, nämlich niemand wahrscheinlich, der raidet sowieso. Ansonsten ein paar Bonbons machen und sich freuen. Ach immer diese Spoofer. Ja, nee, Henry nix. Die lassen sich ja manchmal einladen und gehen abends schon ab. Wir biegen jetzt hier ein durch den Schneehaufen. Kurze Hose am Start. Hier auch, seht ihr das, wie kurz die ist. Hannes hat nur schwarze Beine und hier vor uns ist der Pissedino. Jetzt macht er sich schon wieder nackig. Vor uns ist der Pissedino. Das ist die Arena und da lese ich euch gleich vor, wen wir einladen. Zeige euch die Kondagrafik. Also das Ding heißt ja nicht Pissedino. Wir nennen ihn immer nur Pissedino, weil hier jeder in die Ecke geht und pisst. Mehr nicht. Eigentlich heißt es Girotherium Monument. Das ist eine Arena. Und jetzt Cut und dann zeigen wir euch die Kondagrafik. So, wir stehen jetzt hier am Geländer. Haben euch jetzt hier angebracht. Das ist immer noch Hannes. Hier im Spiel seht ihr vielleicht die Arena. Die ist gelb. Vielleicht ist da sogar noch Platz. Ne, ist kein Platz. Das ist ein Shiny Honweisel drin vom Bierbenny. Äh, Shiny, ja doch. Honweisel vom Bierbenny. Grüße gehen raus. Hier ist ein extremes Heracross. Ne, wir müssen die englischen Namen verwenden. Wir gucken jetzt. Hä? Meine Pokébox ist voll. Wie geht das denn? Wir werfen mal dieses Gladiantri weg. Wenn es kein Hunderter ist, genau. Sonst kann ich den Ratepost gar nicht machen. Wir gucken jetzt mal kurz in den Community Tab auf YouTube. Ich habe hier nämlich diese Konderübersicht gepostet. Das Typ ist vom, äh, das Teil ist vom Typ, äh, Elektro und Fee, das heißt gut sind, Boden und Gift. Als Top Konder wird hier an Nego aufgelistet. Ich habe kein Hunderter. Ich habe nichts hochgezogen davon. Das ist mir also komplett egal. Ich habe mir eine 6er Mammuthelarmee genommen. Habe dem jetzt halt Bodenmoves gegeben. Hier steht Lehmenschelle und Pferdestärke. Pferdestärke ist ja relativ neu drin als Move. Ich habe also jetzt über einen Zweitmove hinzugefügt. Neben Lawine als Eisangreifer hat er jetzt Pferdestärke noch als Bodenangreifer. So muss man immer nur die, äh, die Quick, den Quick Move ändern und schon kann man das vielseitig einsetzen. Ansonsten habt ihr noch Stallobor hier drin, Demeteros, Rihonjork, Knackrack, Knackrack, aber natürlich mit dem Sea Day Move. Und wenn ihr unter die Megas und Kryptos schaut, Gift, Mega, äh, Gengar ist am Start. Ich möchte jetzt keine Mega-Entwicklung machen. Ich möchte ein Team haben, ohne eine Mega-Pokémon drin, damit ich die Bonbons wieder boosten kann. Nicht den Angriff. Habe deswegen zwei Krypto-Mammuthel und sechs, äh, vier Normale. Mega-Biboy ist auch am Start. Krypto, Mewtwo, Mega-Sumpex, Golgandis. Was ist noch wichtig? Die Werte vielleicht? 18,10 und 22,63. Merkst du dir das, Hannes? 18,10 und 23. 22,63. Genau. So. 18,10 passt. Der Rest ist egal, hat eh kein Wetterbrust. Äh, gut. Dann habe ich den Raid gepostet hier für 11.05 Uhr. Kaburiki, Community-Raid. Habe auch gezeigt, wo ist die Arena, wer macht mit und wer macht mit. Wir haben Genaya, Pogahanda, Henry, Niki, Hikaru und Andy Project auf dem einen Gerät. Prinzessin, Heisel, Grüße geht raus, Tobi Twitter meine ich. Itch2Domo, Bad Hat und Borki auf dem anderen. Zocker-Mite kommt leider zu spät, trotzdem Grüße auch raus an Zocker-Mite natürlich. Und ich darf nichts fangen, weil mein Beutel ist voll. So, wir warten jetzt eine Minute, werfen die rein und dann gucken wir mal, ob vielleicht einer sogar einen Shiny hat. Ist das erste Mal als Shiny da und ist dann einfach schwarz. So wie wir heute auch extra Pokémon-Cabby am Start. Und morgen ist Donnerstag, weil morgen ist die goldene Meile mit Natururin und Bierschanger und Brösel, die alle mit B anfangen. Und Benni will vor Ort mitmachen. Benni will vor Ort, ja. Wenn er den Gruppen-Code hat, ne, dann kann er auch vor Ort mitmachen. Dann machen wir halt dann auf irgendwann, das wird er schon mitkriegen. Irgendwann auf, ja genau. So, ich habe wieder mein blaues Ikea-Tablet-Halter-Brettle am Start. Jetzt mal auf die Arena drauf. Ich sage dem Hannes gleich den Code. Und zwar drückt man hier Privat, Privat. Dann drückt man Gruppe erstellen. Haben Fett, Katz, Smet. Fett, Katz, Smet. Müssen fix die Leute einladen. Prinzessin, Baltheat, Borgi, Tobi, Itch, Tudomo. Und hier drüben Jenna, Henry, Andy, Pogo-Hunter und Hikaru. Aiwa-Scharf ist auch drin, ist wahrscheinlich wieder ins Ufer. Ja. Das ist Aiwa-Scharf. Der hat einfach den Namen übernommen und eine Eins dran. Und schon ist es der erste geschärfte Aiwa, der rumgerannt ist. Genau. Es sind übrigens minus zwei Grad, damit kälter als gestern, aber es fühlt sich deutlich wärmer an. Elf Leute sind drin. Ich werde jetzt mal die Lobby öffentlich stellen, dass die anderen Leute vor Ort, die hier vorbeilaufen und noch schnell mit in die Lobby wollen, auch mit rein können. Dass wir aber erstmal natürlich die eingeladenen Platz finden. So, wie viel müssen wir sein? Wenn wir 10, 11, 12, 13. 13 sind wir jetzt. Wir sind drei. Wir laden 10 ein. Sind 13. Benni hat sich so angekündigt. Wir werden dann 14. Wir sind jetzt auch 14. Jetzt müssen wir mal gucken. Immer wenn man einen Fremden zieht, muss man noch einen dazurechnen. 14, 14, 14. Blatt in Tiers. Das heißt, wir müssten 15 sein. Damit alle drin sind, die drin sein wollten, müssten wir 15 sein, weil Benni und Blatt in Tiers noch dabei sind. Das heißt, bis jetzt fehlt einer. So, rüberwischen aufs Team. Kack, Buhn, Ricky ist natürlich auch am Start. Und was war der 100er wert? 18, 10. Ja, 18, 10, genau. Und wenn ich den ersten habe. 22, 67. Ich habe... Das weiß ich doch nicht. Da müsste ich jetzt nachgucken, was da stand. Das merkt sich doch kein Schwein. Tut euch mal so auf dem Arm so eine Liste machen. Mit allen... Einfach nur den Namen und dann zwei Zahlen dahinter. Und alle so, was ist das für eine coole Liste? Ein Testungen. Das sind die WP-Werte der einzelnen legendären Pokémon. Bei Pokémon Go. Und alle denken, das sind... Oder am besten gar nicht die Namen dazu. Nur immer die zwei Werte. Dann wisst ihr zwar nicht, welcher Wert zu welchem Pokémon gehört. Aber es sieht verdammt cool aus. Können da die Leute beeindrucken. Sobald ihr den ersten Wert ja wisst, 18, 10, müsst ihr nur gucken, wo 18, 10 steht. Und dann habt den zweiten gleich dazu. Das geht auch relativ fix, wie man sieht. Ich finde Cabo Ricci immer noch eigentlich sehr cool. Weil der sieht halt... Ja, so ein Typ mit zwei Schutzschilden. Sieht auch ganz entspannt aus. Bin ich mal gespannt, ob jemand das Shiny hat. Hier sieht man auch, mein erstes Mammhotel hat noch Frustration. Das müssen wir jetzt bald verlernen. Am Freitag startet ein neues Event. Am Mittwoch kommen dann Frustrationen verlernen hinzu. Also in einer Woche. Ich kann dann auch mal nachgucken, wer nicht drin war. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, was es für Auszeichnungen gab. Bad Hat Ausdauerspezialist. Andy Project Gigant. Heise Kampfstark. Eiferscharf. Stylish. Samyang. Letzter Angriff. Der Kleine hat 22,27. 22,19. Der Große hat 22,39. Das ist der Beste. Aber ich glaube, es hat trotzdem nichts mit dem 100er Wert zu tun. Soll ich nochmal nachgucken? Ne, mache ich nicht. Wenn das jetzt als Tab noch auf wäre im Hintergrund, hätte ich geguckt, aber so nicht. Dann habe ich Angst, dass die App ausgeht und alles weg ist. Genau, das Bruder Lander wirft jetzt die Bälle für uns. Aber 22,39 kann es nicht sein. Ne, ne, es ist 67. 22,67 glaube ich was. Ja, weil das nämlich voll eine komische Zahl ist. 67. Wer hat denn schon 67 hinten dran? Ja, erster war zu links, zweiter war zu weg, dritter war zu schwach. Aber der dürfte trotzdem relativ gut sein. Wir dürfen nur nicht zu doll werfen. Also mit Gefühl werfen, ganz gemütlich. Das wird ein Spaß heute Abend in der Raid Mania. Ich merke es jetzt schon. Einfach fabelhaft. So ein großer Kreis ist trotzdem einfach fabelhaft. Okay. Dann werde ich an dem Kreis jetzt auch nichts mehr verstellen. Überwarten, bis er angreift, wenn er in der Mitte ist. Und dann gefühlvoll drauf werfen, wenn er in der Mitte ist. Er ist nicht in der Mitte, er ist übrigens auch kein Shiny. Dann wäre er noch schwarzer als jetzt. So, einfach fabelhaft. Passt. Jetzt immer einfach fabelhaft werfen. Dann passt's. Wunderbar. Ihr seht, wenn ihr einmal den Dreh raus habt, einmal das Gefühl, man ist es noch von Regi Eis gewohnt, dann musste man doller werfen, weiter werfen, mit mehr Wucht noch weiter hinten. Der sitzt wieder halt ziemlich weit vorne. Nee, 22, 63 ist der Hund oder? 63. Jo. Also leider nichts, aber das wusste man ja schon. Ihr könnt ja mal unter die Kommentare dann schreiben, natürlich, wie gut eure es war, die jetzt hier mitgemacht haben. Ihr könnt mal reinschreiben, wer nicht mitgemacht hat. Und wer einen Shiny bekommen hat. Ich hoffe mal, dass heute in der Raid Mania ein Shiny kommt. Dann wäre das ein kleines Highlight für heute. Wir haben in der Raid Mania letztens zum Beispiel gar kein Shiny gehabt von Regi Eis. Shinaya saß daneben und hat gleich drei Stück bekommen in der Raid Stunde. Ich nick sie gleich drei. Dann merke ich erst mal, dass das ja gar nicht so ist, dass man sich auf die Raid Stunde verlassen darf. So, ihr habt gesehen jetzt, wo ich den Ball angetippt habe. Es ist auch drin geblieben. Wir bewerten mal kurz. Es ist trotzdem 15, 14, 12. Cabo Ricci, Hildburghausen, 259 XL. Ich werde also die Raid Stunde heute machen, dann sind die XL voll. Wenn ich noch kein Shiny habe, werde ich trotzdem bei Raids für Zuschauer am Sonntag mitmachen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier bei meinen Freunden noch rein. Hier werden mir alle angezeigt. Es muss also einer auf dem anderen Account gewesen sein, der gefehlt hat. Vielleicht kam wieder keine Einladung an, aber ich habe auf jeden Fall alle geschickt. Ich fliehe mal kurz hier. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich gucke noch mal kurz nach. Den müssen wir uns noch reinziehen. Bei Borki ist nichts dran. Also Borki hat wahrscheinlich gefehlt. Grüße gehen raus an Borki. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn nichts ankam, gleich Nyendik Support anschreiben, sich beschweren. War gestern nämlich auch bei einem, der gesagt hat, wieso hast du nicht eingeladen? Aber habe ich. Ich kann nichts dazu, wenn manchmal die einfach nicht ankommen. Weiß nicht, was da nicht stimmt. Weiß wahrscheinlich keiner. Das war es von unserer Seite aus. Wir schneiden das jetzt. Dann noch Raid am Mittwoch für Donnerstag aufnehmen. Und dann morgen goldene Meile. Peace out. Vorhaut. Das ist der Bier, Benni. Ihr Benni hat Shiny mit 22, 23. Peace out. Vorhaut euer Ramses, euer Hannes. Wir sehen uns heute Abend in der Rage-Stunde. Hannes sitzt neben mir. Wenn ihr mich einladet, ladet Hannes am besten auch ein. Vielleicht schafft ihr es ja, dass wir beide in eine Lobby kommen. Bei euch. Dann sind wir schon mal zwei Mann, die da mitmachen. Ciao. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.